Der Kampfläuferstation Der Kampfläuferstation Der Kampfläuferstation Januar Die 이렇게 Die 1 cles 2 1 2 Das war's für heute. Wir haben volle Systemkontrolle. Kampfläufer geht online. Hauptsysteme online. Fortbewegung aktiviert. Ihr AT-AT ist unterwegs zur feindlichen Basis. Bleibt bei ihm und eskortiert ihn. Ich rechne damit, dass das Imperium tragbarer Raketen einsetzen wird. Was ist ein Schmerz? Es ist eine Unterrichtung. Der hat einen Schmerz mal schief. Schönen, dass ich ihn mal darumke mich. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh! Ah! Ich bin der Schuss! Ich bin der Schuss! Wenn du deine Artillerie einsetzen kannst, dann solltest du es jetzt holen. Wenn du deine Artillerie einsetzen kannst, dann solltest du es jetzt holen. Wenn du deine Artillerie einsetzen kannst, dann solltest du es jetzt holen. Wenn du deine Artillerie einsetzen kannst, dann solltest du es jetzt holen. Runter! Wenn du verwischst! Bleib wo du bist! Korin, schnell! Bleib wo du bist! 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 Oh, ja, 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 ja! Was ist das? Ersgiefkeitsdeckkomm Barsan, Siegnecht, Siegnecht! Samson! Ja! Kampfläufer durchbricht Basisverteidigung. Bereit machen für Frontanangriff. Sie sind jetzt zwar im Park, aber eigentlich müssen sie nur noch fliehen. Wir hingegen müssen die Basis abriegeln, bevor sie erstatt mit der Evapriierung beginnen. Kämpfen für die Rebellion und für die neue Republik. Kampfläufer durchbricht Basisverteidigung. Kampfläufer durchbricht Basisverteidigung. Läggen nicht aufbricht! Ich unterschätze sie nicht! Ich schätze sie nicht! Achtung! Was ist das?